Jo Freunde, was geht da? Willkommen zurück zu eurem neuen Video. Timmek ist heute wieder mit dabei. Was geht, Freunde? Wir reagieren heute auf ein krasses Video. Schickt uns eure Videos bei Instagram. Wir werden da nächste Woche drauf reagieren. Schickt uns eure Fails, eure Wins. Schickt uns die alle bei Instagram. Ich verleg euch mal kurz den Namen hier unten. Sendet uns einfach eine Nachricht und schreibt einen kurzen Text dazu, was ihr da erlebt habt. Und ja, schickt uns eure Videos. Wir werden da nächste Woche drauf reagieren. Und vielleicht seid ihr auch mit dem Video. Schauen wir uns an. Los geht's. Let's go. Der steht an der Klippe. Was macht der? Digga, das hat weh auf jeden Hüften. Der Rücken gleich. Auf den Rücken. On your back. Aber sowas hatten wir auch schon am Kanal. Auf jeden Fall. Von der Brücke sogar von ganz oben zurück. Boah, war klar gemacht. Wann ist drei? Wann ist drei? Ich glaube, er hat zweieinhalb mit dem Rücken. Boah, heftig, Alter. Was war das, Jürgen? So schnell. Was war das, Digga? Bestimmt so Frontflip. Boah, das war hoch, Alter. Boah. Boah, der hat noch mal gesagt, ich habe den Gerät, ich habe den Gerät an mir auch auf. Doch, doch. Die is going down. Elbauch doch, die schwimme da hinten. Boah, Alter, das war heftig. Das kann nur eklig enden. Will die da runter springen? Doch, die will springen. Oh, Digga, die ist richtig auf den Bauch geknallt, Digga. Boah. Aber der geht jetzt gut, Alter, das war heftig. Boah, ich hab nichts gecheckt, aber hier kam der 1, 2, aber der hat lange gemacht, der ging klar, der ging klar, das tut bestimmt weh, aber die sind krass, die musst du mal angucken, ich weiß, die haben so einen übelst komischen Namen, aber die sind krank, 1, 2, oh, die bauen auch so übelste Trampoline auf, das ist alles chillig, boah, der kriegt bestimmt keine Luft. Und dieses lichtige, das boah, das blendet so, grüße gehen raus, wer mag, auf jeden Fall, Ariel's Point, boah, das ist hoch, aber auch klar gemacht, oh, nix klar gemacht, voll aufs Bauch, nein, der kam so seitlich, ach, das ist dieser eine, das ist doch Quadruple, die sind auf jeden Fall, Adrenalin, Adrenalin Addicted oder so, glaube ich, die sind heftig, da hat er doch seinen Nasenbluten gehabt, ja, die sind echt krank. Aber wie bei den Perlen, ich schwöre, man hat immer Angst, wenn, so, jetzt kann ich nur weg, oh, baby, baby, das helft dir auf jeden Fall, wenn ihr wisst, wovon wir reden, schreibt das mal auf und in die Kommentare, boah, der ist auch oft, ne. Digger, das ist zu hoch, sowas will ich niemals, Digger, niemals machen, Alter. Boah, der kackt ja ne Logen. Man helft sich das immer, wenn die an die Steine knallen, weil das ist, boah, der kackt ehrlich, ja. Ja, wenn du so aufknallst, mal Bogen. Ja, aber der war nicht hoch, der Bogen, kennst. Ist das ein Steinbogen? Ja, ich glaub schon. Verdeckt ist das, was auch. Ja, ja. Boah, der ist der Kanal, der Blitzmann gegen Whirlpoolen, boah, boah, was, boah, wie hoch ist das, verpiss dich, Digger, der sah richtig nice auf, boah, aber der ist echt mies. Boah, ich dachte, was für eine Blutlacke. Aber der sah übelst nice aus eigentlich, Digger, der sah den übelst langsam an uns an. Aber wie hoch war das, Digger? Ja, das schon. Boah, Digger. So waren wir damals auch, auf jeden Fall, das war heftig, Alter. So geile Location. Auf jeden Fall. Boah. Oh, dem gibt's gut. Shit. Aber ich glaub, ich kenn das auch. Eins. Boah, klar gemacht. Aber der hat klar gemacht. Oh, Digger. Was war das, Digger? Warum macht man denn sowas, Digger? Warum? Wieso hat der das gemacht, Alter? Digger. Wer springt denn so? Häftig, Oki. Ich will dich jetzt mal gucken. Ja, das ist der Stand, Oki. Das ist uns auch schon tausendmal passiert. Digger, aber das ist mal gepasst, Digger, wo der ausgerutscht ist. Boah. Das verstehe ich aber nicht, warum man keinen Schwung bekommt, Digger. Einfach das Bein übelst du nach hinten ziehen. Ja, weil du erstmal, glaub ich, versuchst, nach vorne zu kommen, ne? Ja, wenn man mit einem Bein... Boah, Digger, ist das hoch, Alter. LOL. Digger, wie hoch war das, Mann? Boah. Boah, das war gerade übelst hoch. Digger, wie sind solche Ohren? Boah, das ist auch mega hoch. Boah, Digger, das war übelst knapp, Alter. Digger, macht sowas auf keinen Fall nach. Das ist auf jeden Fall zu gefährlich, Alter. Boah. Boah, wie hoch war das bitte? Boah, das... Boah, das... Scheiße. Ja, aber das ist geil. Aber ey, wenn ihr... Boah, aber das gefährlich ist das unterm Eis, ne? Achso, ich dachte... Boah. Oder der. Du bist glaubst, wie kalt das ist, Mann. Boah. Boah. Springt auf gar keinen Fall von so und Sachen runter. Ihr könnt da echt innere Verletzungen... Boah. 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 Wie hoch die fliegen. Wie übelst, boah. Ja, aber das waren noch drei Leute, ne? Ja, aber die. Ja, sieht aus, auch bei dieser blauen Laguna, wo wir sind, weißt du? Ja. Ja, das ging... Bruh. Boah, das ist hoch, Alter. Hä? Wieso macht man das? Weiß ich nicht. Wieso macht man das? Boah, aber der ist krass, warte. Boah, Digger, Alter. Boah, Digger, Alter. Boah, Digger, was? Was? Uuuuh. 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 So Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr schon mal sowas Ähnliches erlebt habt. Und vergesst auf gar keinen Fall, uns eure Videos zu schicken bei Instagram. Ganz wichtig. Ihr könnt die mir schicken oder ihr könnt die Tim schicken. Beide Namen sind unten in der Beschreibung verlinkt. So Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace. Peace. So...